Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in dieser Episode geht es um einen Erfahrungsbericht aus dem Bereich digitales betriebliches Gesundheitsmanagement. In der vergangenen Woche hatten wir eine Zusammenarbeit mit einem Kunden, der das allererste Mal für seine Mitarbeiter digitale BGM-Maßnahmen mit uns gemeinsam angeboten hat und die Ergebnisse daraus waren so beeindruckend, dass ich euch entsprechend einen kleinen Erfahrungsbericht geben möchte. Als kleiner Hinweis vorneweg, wir befinden uns zum Zeitpunkt der Aufnahme im September 2020. Die Corona-Pandemie an sich ist jetzt nicht mehr, also ist am Abflachen, die Zahlen sind Stück für Stück am Sinken, ab und zu sind die Zahlen auch mal wieder am Steigen, aber diese große Pandemie-Angst ist nicht mehr vorhanden. Nichtsdestotrotz hat sich einfach die Arbeitsweise, wie wir arbeiten, wie viele unserer Unternehmen arbeiten, massiv verändert. Was ich einfach spüre, ist vor allem, was die Telekommunikationsbranche oder auch ganz viel klassische Büroarbeit angeht. Diese wird es so in der Art und Weise, wie wir es gewohnt waren, nicht mehr geben. Ganz viele Unternehmen, mit denen ich mich austausche, die haben ihre Mitarbeiter komplett im Homeoffice, haben sich auf urtsunabhängiges, remotes Arbeiten spezialisiert und teilweise sind die Mitarbeiter gar nicht mehr in Deutschland, sondern irgendwo auf der Welt verteilt und die Unternehmen haben sich daran gewöhnt. Es ist auch teilweise deutlich kosteneffizienter, von zu Hause aus zu arbeiten, sowohl für den Mitarbeiter, der sich den Arbeitsweg sparen kann, als auch für die Unternehmen, die derzeit massivst große Büroflächen abmieten und so natürlich auch Kosten sparen. Aber was das BGM angeht, das stellt uns natürlich als Anbieter, als auch die Unternehmen natürlich vor eine ganz, ganz neue Herausforderung. Wenn man sonst wirklich Vor-Ort-Maßnahmen direkt für die Mitarbeiter in der Arbeitszeit anbieten konnte, wie Vorträge oder Bewegungskurse oder Analysen, ist es jetzt eben schwierig, die Mitarbeiter überhaupt in Maßnahmen zu bekommen und dann auch noch entsprechend das Ganze zielgerichtet durchzuführen. Und so hatten wir eben auch diese große Herausforderung mit, ja, keinem klassischen Wirtschaftsunternehmen, sondern mit einer Behörde. Die Behörde, mit der arbeiten wir schon seit mehreren Jahren zusammen, haben schon viele verschiedene Vortragsreihen zu diversen Themen wie Persönlichkeitsentwicklung, Stressmanagement, aber eben auch gesundheitliche Themen wie Fitness, ja, gesunde Ernährung etc. schon durchgeführt und das BGM wurde eigentlich in diesem Jahr bei diesem Unternehmen komplett erstmal lahmgelegt. Die Corona-Pandemie hat eben zu großen Teilen zu großflächigen Homeoffice-Tätigkeiten geführt und somit war es eben auch schwierig, erstmal Maßnahmen anzubieten nach gewohnter Art und Weise. Auch wir als Dienstleister haben bis zum vergangenen Jahr ausschließlich offline, direkt vor Ort, am und beim Kunden gearbeitet und es war überhaupt gar nicht vorstellbar, ansatzweise vorstellbar, dass wir jetzt digitale BGM-Maßnahmen anbieten wollen. Auch alleine vom Mindset her, wir haben immer gesagt, wir müssen direkt die Leute vor uns sitzen haben, wir müssen an den Leuten agieren, um da überhaupt auch was zu transportieren, auch was unsere Vortragsredner angehen. Man spürt natürlich auch bei der digitalen Variante nicht so diese Emotion, zumindest haben wir das geglaubt. Und ja, auch wir haben uns am Anfang schwer getan, vom Offline-Betrieb auch in den Online-Betrieb zu kommen. Nun haben wir aber nur die Wahl, entweder wir gehen mit der Zeit oder wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Diese beiden Optionen standen einfach zur Wahl und entsprechend den Kundenanforderungen, wir sind nun mal auch ein kundenorientiertes Unternehmen, haben wir dann eben gesagt, okay, wir passen uns diesen neuen Herausforderungen und Gegebenheiten an und versuchen einfach mal das Experiment digitales betriebliches Gesundheitsmanagement. Und so war es eben auch bei diesem Kunden, dass wir gesagt haben, alles klar, es war für dieses Jahr grundsätzlich eine aufeinander aufbauende Vortragsreihe mit dem Schwerpunkt Persönlichkeitsentwicklung und Stressmanagement. Diese Vortragsreihe möchten wir jetzt für die Mitarbeiter nicht direkt vor Ort, sondern digital anbieten. Natürlich muss man da auch erstmal schauen, welche Möglichkeiten gibt es. Allein softwaretechnisch sind diverse Möglichkeiten einfach vorhanden. Uns persönlich war es wichtig, dass natürlich die Sicherheit gewährleistet ist, dass die Datenschutzgrundverordnung natürlich eingehalten werden kann und dass der Mitarbeiter aber auch eine gewisse Anonymität gewähren kann. Und diese Anonymität war ein Riesenschlüssel zum Erfolg. Das kann ich schon mal so weit vorwegnehmen. Wie ist es sonst abgelaufen? Also diese Behörde, die wir betreuen, arbeitet sonst in kleinen Teams sehr stark verteilt. Also nicht zentral in einem Ort, sondern diese kleinen Teams sind über mehrere Kilometer entfernt an verschiedenen Standorten aktiv, sodass wir bisher immer diese Vorträge ein und dasselbe Vortragsthema an fünf verschiedenen Standorten durchführen mussten. Dann immer so mit fünf bis zehn Teilnehmern haben wir dann beispielsweise über das Thema Stressmanagement gesprochen, bis wir dann die Reihe herum waren, alle Standorte abgegrast haben und dann kam das nächste Vortragsthema. Jetzt bestand natürlich die große Chance, nicht mehr fünf Vorträge für jeweils zehn Leute zu bieten, sondern wir haben einen einzigen Termin, ein Vortragsthema, Stressmanagement, für alle Standorte zeitgleich angeboten. Und das Ergebnis, wir hatten so hohe Anmeldezahlen wie noch nie. Es haben sich 40 Teilnehmer angemeldet und auch wenn man jetzt mal vergleicht, Offline-Seminare und Online-Seminare, hatten wir in Summe nie so viele Teilnehmer, wie wir das jetzt hinbekommen haben. Und natürlich hatten wir auch am Anfang Bedenken. Wir selber haben die Software schon mehrfach verwendet, aber der Kunde hatte natürlich Bedenken. Kriegen das meine Mitarbeiter hin? Kriegen die sich angemeldet? Gibt es da technische Schwierigkeiten? Funktioniert das? Ist jeder pünktlich? Und so weiter und so fort. Ganz, ganz viele Bedenken. Rückblickend betrachtet war das super. Die Mitarbeiter haben eine E-Mail bekommen mit allen Informationen, haben sich einmal angemeldet, wurden entsprechend vor Beginn des Seminares, was sonst nicht stattfindet, mehrfach erinnert, dass dieses Seminar stattfindet und waren entsprechend auch pünktlich in der Online-Sitzung. Und dann haben wir dieses Seminar entsprechend vor der Kamera, so wie ich jetzt auch zu euch spreche, vor dem Mikrofon abgehalten. Und ja, was soll ich sagen, als Gefühl, ob die Mitarbeiter daran teilgenommen haben und wie deren Empfinden war und was ich als Feedback bekommen habe, ist es wirklich auch nicht im Worte zu fassen. Im Vergleich zu Offline-Seminaren habe ich viel, viel mehr Interaktion gespürt. Ich habe in den Vorträgen verschiedene Fragen gestellt, beispielsweise, weil es ja um Stressmanagement entging, was verbinden sie mit dem Thema Stress. Und dann hagelte es wirklich Kommentare. Wir haben eine Software, die wir verwenden, wo ausschließlich die Teilnehmer mich sehen und die Mitarbeiter eben nicht von mir zu sehen sind, sondern die Mitarbeiter können in einer Chatfunktion entsprechende Fragen stellen, Anmerkungen machen, Feedback geben und können mich natürlich sehen, können meinen Präsentationsbildschirm sehen, können mein Gesicht sehen, meine Emotionen spüren. Und ich kann dann entsprechend auf die Fragen, Anmerkungen und Feedback der Teilnehmer eingehen. Wenn jetzt ein spezieller Mitarbeiter möchte, kann ich ihn auch mit in die Sitzung holen. Dann ist ja auch für alle Mitarbeiter zu sehen. Aber das war in diesem Fall jetzt nicht notwendig, wollte auch keiner, sondern eher genau diese Anonymität. Die anderen Teilnehmer haben nicht gesehen, wer ist noch mit im Seminar. Das haben wir entsprechend anonymisiert. Jeder hat bloß gesehen, dass er selber online ist. Alle Antworten und Kommentare von den anderen Teilnehmern haben die Teilnehmer ebenfalls nicht voneinander lesen können, sehen können, sondern nur ich als Referent konnte alle entsprechenden Anmerkungen, Fragen und Hinweise lesen und dann entsprechend auch beantworten. Und ich glaube, diese spezielle Anonymität war der riesen, riesen Schlüssel. Vor allem, wenn es um so sensible Themen geht. Wir hatten jetzt das Thema Stressmanagement und darauf aufbauen kommt dann auch später noch das Thema Burnout und psychische Belastung. Und das sind so gewisse Tabuthemen, die, naja, wie soll ich sagen, manche Mitarbeiter tun sich schwer zu einem öffentlichen Offline-Vortrag zu gehen, wo er sich outet, weil nur derjenige, der sich für das Thema Stress interessiert, outet sich ja dann in dem Moment, dass er irgendwo auch Stressempfinden erlebt, was natürlich Humbug ist. Wir alle haben irgendwo Stress, das ist vollkommen menschlich. Aber in dem Moment, wo er sich für das Seminar anmeldet und in den Raum kommt und er sieht seine Kollegen und seine Kollegen sehen ihn, da outet er sich, dass er Stressbelastung hat. Und das mag nicht jeder. Sondern diese Anonymität, die wir jetzt bei diesem Online-Seminar, das war auch ein ganz, ganz großes Feedback von den Teilnehmern, dass sie das sehr, sehr gut fanden und haben sich auch direkt für folgende, darauf aufbauende Seminare für ebenfalls, ja, gewisse Tabuthemen angemeldet, weil sie sagen, finde ich super, ich bin im geschützten Raum, ich kann Fragen stellen, selbst wenn ich eine blöde Frage stelle, dann sieht das nur der Referent und Dozent und nicht alle anderen Teilnehmer, ich werde nicht ausgelacht und das war wirklich richtig, richtig grandios. Und da muss ich sagen, hätte ich nicht erwartet, dass ich sogar die Teilnehmer viel, viel stärker auch emotional erreiche und auch diese Emotionen spüre. Das Feedback am Ende war wirklich grandios. Es war deutlich zu spüren, dass dieser Vortrag einen absoluten Mehrwert für die Teilnehmer gebracht hat und das ist in Offline-Seminaren, wo ich sonst natürlich das Gesicht sehe, die Emotionen spüre, aber da äußern sich die Teilnehmer häufig nicht so, sondern jeder ist eher, bevor ich was Falsches sage, sage ich lieber gar nichts. Und das war eben in diesem Online-Seminar überhaupt nicht zu spüren und war auch wirklich für mich bis heute nicht zu begreifen, viel, viel höhere Teilnehmer, auch alle Teilnehmer bis zum Schluss mit online gewesen, wahnsinnig viel Feedback, was man sonst eher, sonst muss man immer fragen, ja wie hat es euch gefallen, ja war gut, hier war jetzt wirklich, dass konkret gesagt wurde, diese Technik hat mir wahnsinnig gut gefallen, das werde ich auch anwenden, das kannte ich schon, einfach auch für mich viel, viel greifbarer. Und auch jetzt im Nachgang schickt unsere Online-Seminar-Software automatisch nochmal Feedback und Evaluationsbefragungen raus, sodass wir da auch nochmal von dem Feedback viel, viel mehr lernen können. Und auch der Kunde selbst war von diesem Erfolg, den wir gemeinsam da erzielt haben, mehr als überrascht. Es waren große Bedenken, kriegen das die Mitarbeiter technisch hin, gibt es technische Schwierigkeiten, wird das auch wahrgenommen oder halten das die Mitarbeiter vielleicht für Blödsinn. Und rückblickend betrachtet war es der Einsatz auf alle Fälle wert und das Ergebnis davon ist, dass es auch im Nachgang sofort für alle folgenden Seminare wahnsinnig viele Buchungen gibt, bereits jetzt für das nächste Seminar noch mehr Anmeldungen als jetzt für das allererste. Also auch der Erfolg spricht sich unter den Mitarbeitern rum und so muss ich sagen, wie dumm war ich eigentlich, dass ich die letzten Jahre diese Chance des Onlines-Arbeiten, des Online-BGMs einfach verschenkt habe. Es gibt, wir haben inzwischen eine ganze Reihe von diversen digitalen Produkten entwickelt, das können individuelle Einzelcoachings sein zum Thema Resilienz, zum Thema Stressmanagement, zum Thema gesunde Ernährung, zum Thema Bewegung, wo wir also auch hier im geschützten Raum mit einzelnen, individuellen, ausgewählten Mitarbeitern arbeiten können. Als Beispiel, wir haben einen Kunden, der in dieser digitalen Zusammenarbeit das speziell für Langzeiterkrankte nutzt und eben auch uns als Unternehmen als Möglichkeit im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements mit hineinzunehmen. Wenn also ein gewisser Mitarbeiter mit einem individuellen, speziellen Krankheitsbild im Gespräch, wenn das zu tragen kommt, dass man dann also solche Lösungen einfach mit aufzählt, mit individuellem Ansatz, wo der Mitarbeiter also auch einen geringen Einsatz hat. Er muss nicht irgendwo hinfahren. Wir können mit ihm einen Termin vereinbaren, der zu seinem Zeitbudget passt. Und dann können wir im individuellen, geschützten Raum ihm einfach da Lösungswege aufzeigen. Das, finde ich, ist schon mal eine super Möglichkeit, auch völlig unabhängig. Wir sind jetzt in Mecklenburg-Vorpommern, unser Büro, aber diesen Service kann man eben entsprechend auch aus München, aus Berlin, aus Nordrhein-Westfalen, wo auch immer, nutzen. Dann die ganze Bandbreite an digitalen Vorträgen, die natürlich möglich sind. Wir haben eine Riesenpalette an verschiedenen Online-Trainings, also Trainings, richtig Fitness. Auch hier betreue ich eine Behörde, wo wir einmal in der Woche direkt im Büro Online-Trainings machen. So, und das eben auch in Zeiten der Corona-Pandemie. Und bevor ich eben gar nichts mehr anbiete und mein BGM völlig stilllege, dann gehe ich natürlich auf solche digitalen Lösungen über und biete meinen Mitarbeitern einfach auch da die Wege an. Und rückblickend betrachtet, zeigt sich diese Notlösung in Abführungsstrichen teilweise sogar als viel, viel bessere Option. Ja, von daher, denkt auch ihr mal darüber nach, ob ihr vielleicht digitale BGM-Maßnahmen in eurem Unternehmen integriert. Es gibt da ja einfach auch verschiedene Varianten. Es gibt digitale Anbieter für BGM, die jetzt weniger im persönlichen Bereich, also wo reell jemand davor sitzt, sondern wo ich mir vielleicht eine Datenbank anschaffen kann mit verschiedenen Trainingsvideos, mit eher so einer Art Wissensdatenbank zum Thema gesunde Ernährung, zum Thema Gesundheitstipps. Was also eher so als, ich hole mir die Information als Mitarbeiter selbst und habe einfach diese Wissensdatenbank. Mal schauen, wenn ihr den Wunsch habt, dann äußert ihn doch gerne. Dann werde ich schauen, dass ich auch dahingehend mal solche Anbieter kontaktiere und da einfach auch mal so eine kleine Übersicht für solche Maßnahmen darstelle, als auch dann dieses halb Persönliche, dass man zwar digital arbeitet, aber wirklich mit trotzdem echten Menschen interagiert und entsprechend Rede und Antwort stehen kann. Wie sind eure Erfahrungen zum digitalen BGM? Schreibt mir dazu auch gerne eine E-Mail an info-at-outness.de. Wer möchte, kann auch gerne jederzeit unseren Newsletter abonnieren. Da bekommt ihr dann immer einmal wöchentlich die aktuellen Episoden, News und Hinweise zum Thema BGM-Podcast zugeschickt. Wenn euch das gefallen hat, wie immer, gebt eine 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder der Apple-Podcast-App und ja, tretet einfach in Kontakt mit mir. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und sportfrei. Das Hadi, direkt! Gerade für Bier. Bis zumışrån. In diesem Sinne, wir可能 nichts zu Т episódio darauf ange cuestetten, Ciao!